Ja, wir sind die Initiative Sozialticket Niederrhein jetzt und wir arbeiten seit dreieinhalb Jahren an diesem Thema und wir sind es leid, dass Menschen aus sozialen Gründen ausgegrenzt werden. Deswegen arbeiten wir in vielen Städten an Niederrhein, also in Kleve, in Xanten, in Kalka, in Geldern, in Wesel, in Dienstlagen, zusammen mit verschiedenen Leuten unterschiedlicher Organisationen. Ja, und wir haben heute ein Lied gemacht und diese Aktion, die heißt ja unter anderem auch Ich nehme dich mit und die könnte dann auch anders unser Lied heißen als Ich nehme dich mit. Wir haben ja im Vorfeld hier schon ein paar Texte verteilt und damit möchten wir euch auffordern, hier mit zu singen, ja, bei diesem Refrain und ich weiß nicht, kann mir jemand hier mein Profund erleiden? Ja, ich kann mich auch mal sehen. Ich stehe auf der Straße und habe kein Geld, meine Freundin wartet aber, die macht es leider nicht. Ich nehme dich mit, ich nehme dich einfach mit. Ich nehme dich mit, ich nehme dich einfach mit. Hartz IV macht Bier zu scharf, mein Kühlschrank ist leer, den ganzen Tag latsch ich durch die endlos lange Stadt und hoffe, dass ich heute noch ein Schnäppchen mach. Ich nehme dich mit, ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit, ich nehme dich einfach mit. Ich warte hier am Bahnhof und bin mal wieder blank, da gibt es den Job im Nachbarn.